Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute erklären wir mal, wie wichtig Geld ist für deinen Erfolg mit Frauen. Musst du finanziell erfolgreich sein? Musst du karriere-, berufstechnisch erfolgreich sein? Wie wichtig ist das? Wie wichtig ist es den Frauen? Das klären wir im heutigen Video. Also, ich bin auf das Thema gekommen, weil ich gestern mit einem Zuschauer telefoniert habe, der sich für ein Coaching beworben hat. Und wir haben über diese Themen geredet. Hey, wie wichtig ist denn zum Beispiel Geld? Wie wichtig ist denn Aussehen und Duft und Kleidung und so weiter? Und so vielen dieser Gebiete habe ich ja schon mal ein Thema gemacht. Geld verhält sich da aber noch ein bisschen anders als zum Beispiel das Aussehen. Ich habe, wie gesagt, schon Videos zu den anderen Themen gemacht. Deswegen soll es heute darum nicht gehen. Sondern heute geht es wirklich explizit darum, wie wichtig ist Geld in diesem Flirt-Kontext Mann und Frau. Und da muss man zwei verschiedene Bereiche betrachten. Und zwar muss man zum einen betrachten den Bereich, wie wichtig ist es in einem mehr Casual-Flirt, in einem Flirt im Sinne von, ja, keine Ahnung, One-Night-Stand, Freundschaft plus, kurze Affäre, kurze Beziehung oder wie wichtig ist es in sowas wie langfristige Beziehung, Familiengründung, Ehe und so weiter. Das sind zwei ganz verschiedene Bereiche, die wir uns hier angucken müssen. Generell kann man sagen, dass natürlich Geld jetzt nicht unbedingt ein Nachteil ist. Wobei der Nachteil sein könnte, dass wenn du ganz, ganz viel Geld hast, du nie so genau weißt, ist die Frau jetzt wegen mir hier, weil sie mich mag oder vielleicht wegen meinem Geld. Das weißt du vielleicht nicht ganz so genau, wenn du viel Geld hast. Aber an sich erstmal kein riesen Nachteil. Das können wir erstmal festhalten. Genau wie wenn du sehr gut aussiehst, es eigentlich keinen riesigen Nachteil gibt. Außer, dass Leute vielleicht ein bisschen eingeschüchtert sind von deinem Aussehen. Vielleicht Frauen auch. Und die deswegen, ja, naja, von sich aus nicht auf dich zukommen. Oder dir keine Signale geben, weil sie sich nicht trauen. Das kann natürlich sein. Nein, aber generell haben diese Sachen nicht besonders viele Nachteile. Also schauen wir uns die zwei verschiedenen Situationen einfach mal an. Wir haben hier die Casual Dating Situation, so nenne ich es mal. Und in diesem Fall ist Geld kein so wichtiger Faktor. Was natürlich cool ist, ist, wenn ihr dann auch mal zusammen was unternehmen könnt. Das heißt, wenn das so eine Frau ist, die du regelmäßig über einen längeren Zeitraum triffst, dann war es bei mir auch schon mal so, dass ich gerne mit dir auch mal in Urlaub gefahren bin für eine kurze Zeit. Also offensichtlich, selbst wenn du nicht ihren Urlaub bezahlst, was du natürlich nicht machen musst, dann musst du noch deinen Urlaub bezahlen. Deswegen ist Geld hier an der Stelle eine wichtige Sache. Geld hat aber in diesem kurzfristigen Rahmen hier nicht die Riesenbedeutung. Da sind andere Dinge entscheidender, wie wie gut bist du im Flirten, wie humoristisch bist du, wie entspannt bist du, wie gut siehst du aus, wie gut gepflegt bist du, wie kommunikativ bist du. Die klassischen Dinge, die im Flirt eben wichtig sind, sind hier viel, viel wichtiger. Und auf der anderen Seite haben wir aber das andere Extrem, nämlich lange Beziehungen oder vor allem, vor allem Familie Gründung, Ehe und so weiter. Und da ist es natürlich so, dass der Aspekt Geld schon ein wichtiger Aspekt ist, weil, naja, wie willst du eine Familie gründen, wie willst du eine Familie ernähren, wenn du halt kein Geld bekommen kannst. Und Geld ist natürlich, das muss man so sehen, auch nur ein Indikator für etwas anderes. Also weist auf irgendetwas anderes hin. Das heißt, wenn du Geld verdienst und wenn du gut mit Geld umgehen kannst, dann ist es irgendwo auch ein Indikator, der der Frau zeigt, hey, du kannst hier in dieser Gesellschaft, in der Welt kommst du klar, du kannst damit gut umgehen. Und das ist natürlich eine positive Sache und auch eine anziehende Sache. Aber wie gesagt, viel, viel wichtiger, wenn man sich hier Bereich Nummer zwei anguckt, nämlich Familie und langfristige Beziehungen, da ist schon so ein Punkt, wo die Frau schaut, okay, wie ist denn sein langfristiges Potenzial. Hier bei den kurzen Beziehungen ist es natürlich egal, wenn sie jetzt mit dir einen One-Nats-Tent hat, ist es absolut egal. Das ist natürlich schön, wenn du vielleicht eine teure Wohnung hast, wo man einen schöneren One-Nats-Tent haben kann oder was auch immer. Aber hier ist es einfach weniger wichtig, als es hier ist. Und in der Gesamtheit, würde ich sagen, muss man dann immer schauen, okay, in welchem Bereich bin ich denn gerade unterwegs. Wenn du jetzt einfach gerade mehr casual datest, dann ist es ja cool und in Ordnung. Du solltest aber gerade, wenn du sagst, irgendwann möchtest du gerne Familie, dich natürlich schon um diesen Bereich kümmern. Denn ansonsten wird es schwierig, ansonsten wirst du keine Frau finden, die sagt, ja, los, lass uns Familie gründen, wir haben halt voll die guten Grundlagen. Und da ist es tatsächlich auch so, dass, da kannst du auch sehr attraktiv sein, wenn diese Sache fehlt, dann wird die Frau wahrscheinlich keine Familiengründung mit dir machen oder auch große, ich sag mal, Widerstände, große, ja, Sorgen um dieses Thema drum haben und wird es halt einfach nicht tun. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dich darum kümmerst, wenn du in diesen Bereichen willst. Aber eben hier im Casual-Bereich ist das Ganze nicht super relevant. Da musst du dir jetzt nicht so einen Stress machen. Die anderen Faktoren, über die wir geredet haben, spielen da eine viel größere Rolle. Gerade zum Beispiel das Aussehen oder solche Sachen wie Kommunikative und Flirtfähigkeiten. Die sind hier viel, viel wichtiger. Hier natürlich auch wichtig. Aber Geld allgemein nicht zu der Riesenfaktor. Das heißt, wenn es gerade bei dir finanziell noch nicht so läuft, wenn du ein bisschen jünger bist, wenn du vielleicht auch karrieretechnisch überhaupt nicht weißt, wo du hin willst und wenn ich Karriere sage, dann meine ich nicht, du musst erfolgreich werden in einem großen Unternehmen, das meine ich nicht mit Karriere, sondern ich meine damit einfach, was auch immer du dir vorstellst als deinen Lebenszweck, als deine Aufgabe. Du musst nicht unglaublich weit fortgeschritten sein, denn das Geld ist für diesen Bereich hier nicht so wichtig. Es kommt natürlich auch darauf an, das ist ja klar, wie alt ist diese Frau, eine 17-jährige Frau, selbst wenn sie eine lange Beziehung möchte, wird weniger Wert auf Geld legen als eine 32-jährige Frau, die eine lange Beziehung möchte, die dann wahrscheinlich auch Familie haben möchte in den nächsten Jahren. Das heißt, Geld allgemein so ein Faktor, da muss man sich meiner Meinung nach nicht wirklich den Riesenstress machen. Kommt auch an, wo du hin willst, kommt auch an, wie alt du bist, kommt auch an, wie alt deine Zielgruppe ist, aber nicht der Riesenfaktor, für den manche Leute ihn tatsächlich manchmal halten. Soviel zum Geldthema. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden. Schreib mir gerne in die Kommentare, was deine Erfahrungen und Gedanken dazu sind. Ansonsten, das weißt du bereits, sehen wir uns übermorgen wieder. Hier oben abonnierst du den Channel, wenn man nicht passiert. Auch die Glocke aktivieren hier unten. Kannst du dich für ein Coaching bewerben. Und hier geht es zu weiteren Videos für deinen Erfolg und Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.